einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück bei raft mit dabei ist meyer jogi bär guten tag ich bin der neue bürgermeister hier und tag ich habe uns hier eingebaut sollte aber frei funktioniert als sensor ich bin einfach in der bürgermeister hast hast du gut gemacht hast du gut gemacht werde ich jetzt befördert ja ich würde sagen der posten des ersten stadtrats ist frei geworden gerade ist sich der bürgermeister der erste stadt ich lasse ich das noten weil dann waren wir das gut tauschen platz ein und so schickt der kreier noch seinen budi hier ganz schön präsentiere an den budi für den bürgermeister oh ja oh ja und tag ich bin bürgermeister und und wasserrohr ich kann jetzt erforschen wasserrohr nice das heißt wir werden hier wahrscheinlich jetzt durch den generator wirklich haben wir den generator auch gelernt nie oder da gab es keine nachricht dass du das generatoren gemacht hast die motoren haben nach zwei tagen am absoluten limit feuer gefangen wir haben die verkabelung überprüft ein schwamm käfer hat die kühlmittelzufuhr verstopft einer der ingenieure hat sich den äußeren motorblock näher angesehen und darin einen jungen gefunden der sich mit seinem hund versteckt hatte gott sei dank hat er ihn rechtzeitig gefunden wir waren gerade dabei den ganzen ort zu versiegeln wir versiegeln noch dem zum thorium reaktor danach verschwinden wir folgen in tango tangarua nein warte warte wie heißt der ort tangabung in tangarua gibt's wo kriot 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 vielleicht war das nicht so schlau hier ist zu ok andere seite vielleicht war das nicht ganz so in ich nehme an dass aber nur das ding hier dann voll sein wird wieder hochschwimmen können ah die tür hinten ist offen jetzt war die vorher nicht auf ich glaube nicht ich weiß es nicht wir hätten ein ding gerät mitnehmen sollen ich meine wir können jetzt auch mal hart hier hochschwimmen ich zeige ganz kurz hier hinten ja hier hinten ist nur eine tür ich komme hier aber auch nicht an die leiter dran ersaufen wir jetzt ist seine luftröhre bei dir ja also hier ist auch eine leiter aber die kann ich mich nicht festhalten ok aber wir haben hier wenigstens ein luftloch versuchte der bürgermeister ist nass das mag der bürgermeister nicht der bürgermeister ist ein sack also du gehst jetzt gucken ja dann ich habe luft und ich gehe da hinten bei den ausgang schauen also eigentlich dürften wir auch keine tür mehr aufmachen können aufgrund des druckes na welche seite bist du jetzt gegangen ich bin nach rechts gegangen wo wir noch nicht lang gegangen sind ok dann gehe ich nochmal hier ist nämlich eine tür achtung fluten das hätte nicht aufgehen dürfen es ist alles geflutet kurz sauerstoff holen ja ich muss mich auch beeilen ich esse noch schnell was erstmal was ok also rechts rum ist natürlich jetzt offen aber das auch alles geflutet ja das ist jetzt kontraproduktiv jetzt haben wir ein großes problem wo müssen wir lang gegen links die tür aufmachen ja gut hier kommt man nicht mehr hoch da oben ist eine ist eine dachluke ja aber vielleicht kann man an der was tun also ich habe noch ein minimales sauerstoffgerät ich habe keins ich kann uns natürlich auch kein neues basteln dafür fehlen mehr seile ein stoff und klebe also mal versuchen dich da hoch zu brücken dass du vielleicht da oben die ting aufmachen kannst ja aber ich glaube nicht dass das auch nur ansatzweise funktioniert weil sonst wäre auch also die möglichkeit hier auf der leiter zu sein also müssen wir doch ich habe ein bisschen angst dass wenn wir da oben aufmachen dass da noch mehr wasser rauskommt ja gut aber mehr wasser würde ja heißen wir könnten hier hochschwimmen ja ist die frage ob wir dann rauskommen gut lass uns rechts rum gehen komm okay los geht's wir haben auch keine flotten dabei woher sollen wir auch wissen dass dieses dieses dome unter wasser sein wird das kann man eigentlich nicht erwarten finde ich das problem ist halt wirklich wir haben eine extrem lange strecke ich bin jetzt schon ich würde richtung plantation gehen ich würde einfach nur irgendeinen weg nehmen der uns irgendwie luft bringt storage area in der storage area ist luft okay gut und licht auch der bürgermeister hat licht oder kommen wir da hoch ja jawohl meine fresse so das ist nicht gut gebaut worden hier aber hier ist loot mein loot so loot er im namen des bürgermeisters kommen wir hier oben dran jawohl gesundheit danke hier ist noch mehr zeug ich will den hocker haben ich habe eine notiz jetzt lese ich mal vor lest du mal vor te ich nehme an dass das rechts das ist seit 28 t ja ich glaub du hast links die beiden kranke vorgelesen nachdem die motoren ihren geist aufgegeben hatten machten wir uns auf den weg zum habitat anscheinend hatte eine kverplage einen heftigen Kurzschluss in der elektronik verursacht Dazu noch die Meuterei nach Tuleys Entscheidung, auf die Floßleute zu schießen. Wir haben einen sicheren Ort gefunden mit genügend Proviant für ein paar Monate für uns Ingenieure, den Jungen und den Hund. Wir werden ein Boot brauchen. Also lass uns mal kurz zusammenfassen. Die Motoren sind abgefackelt, weil die Vollgas geben mussten und weil das nichts mehr gebracht hat, hat der Bosse hier entschieden, wir schießen auf die Leute, die uns hier folgen. Und das hat zu einer Meuterei geführt. Hier drüben wäre eine Tür, die wir öffnen könnten. Bist du hier? Hier ist Plantation. Wollen wir erst da rechts? Genau, und ich weiß halt nicht, ob da Wasser rauskommt, wenn wir sie öffnen. Deswegen habe ich damit auch mal gewartet, bis du fertig bist. Im Prinzip dürfte da kein Wasser hochkommen, weil das Wasserlevel ist ja überall gleich hoch. Korrekt. Ja. Hätte gar nicht sein dürfen. Das geht zur Ladestation. Das ist dann zurück. Loading Bay ist der Eingang von uns. Also ich glaube, wir kommen jetzt hier direkt wieder zurück. Ja, das kann sein. Gut, dann lass uns erstmal Richtung Plantage gehen. Gehen wir nochmal schauen, was da los ist. Ich finde aber, die Meuterei ist eine dumme Idee. Wenn wirklich auf die geschossen wurde, die sie verfolgt haben, macht das ja Sinn. Ja, macht doch. Ja, also ich meine, erst wollten sie vor ihnen abhauen. Das hat nicht geklappt, weil die Motoren nach zwei Tagen vollast krepiert sind. Die haben halt nicht so Qualitätsmotoren aus Schrott gehabt wie wir. Ja, eben. Ja, die Plantage ist auch bis sie gewässert. Ja, ist aber schön. Oh, pass auf, hier ist Strom. Oh gut, dass du es sagst, weil ich wäre fast einfach reingesprungen. Dachte mir aber so, ich möchte nicht nass werden. Ähm, ich habe halt ein bisschen Sorge, dass hier ein falscher Sprung tödlich endet. Ich glaube nicht, dass es direkt der Tod sein wird, aber... Ich glaube es auch nicht, selbst die Säure hat dafür nicht gesorgt, aber... Wir haben links einen Gang, wir haben da eine verschlossene Tür nämlich an, wo du bist. Oh, ich brauche drei Klebeband hier für das Kabelsystem. Hier rechts von mir liegt schon mal ein Klebeband. Ich gehe mal hier drüben zum grünen Bereich. Oh, Erdbeeren! Ja, die sind neu angeführt worden. Müssen wir auf jeden Fall anbauen. Und die fühle ich mir nachher auch mal ein, die Erdbeeren. Die Frage ist, ob Strom nur böse ist, wenn man das so sieht, oder ob es immer der Fall ist. Ja, gut, Schlag ist nicht so schlimm. Hier ist noch ein, äh... Ich habe die letzten zwei Dinge. Ich warte noch ganz kurz. Gleich kannst du reparieren. Ja, ist aber auch nur... Ich habe die drei, äh... Klebebänder. Ja, eins habe ich gehabt. Oh, der Hinweis überspringt ein paar Dinge, aber gut. Ja, dann lese es nicht vor. Wir haben... Jetzt habe ich gerade schon Luft geholt. Was sogar Tarn, 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 wie auch immer das Ding heißt, haben wir auch nicht gelesen. Wenn wir nicht der Meinung waren, dass es richtig weitergeht. Ja, ich glaube, das kann man schon vorlesen. Na gut, dann lese er vor. Ich benutze Klebeband. Die Bananenpflanzen sind von einem riesigen Schwarm Käfer befallen. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe sie mit Pestiziden besprüht, aber sie sind nicht zu bremsen. Aber versucht, das Cockpit zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Die Käfer werden hier alles zerstören, wenn wir sie nicht aufhalten. Na gut, ihr kleinen Mistviecher. Mal schauen, wie euch der Staubsauger gefällt. Können wir jetzt nicht Staubsauger craften? Jetzt muss ich da erstmal wieder zurückkommen. Ne, nur weiter. Nicht zurück. Ja, aber ich muss auf die andere Seite kommen. Zu dir, um da... Wie bist denn du durch die Tür gekommen? Ich habe gewartet, wenn kein Strom fließt. Und bin dann durch. Willst du da links mal gucken? Gehe ich hier rechts in der Ecke gucken. Machen wir. Hier ist ein Stromgenerator. Hier ist eine Tür, die zu ist. Wir brauchen wieder drei Klebeband. Ich glaube, meiner Dame hier gefällt es so ein bisschen, wenn sie so leichte Stromschläge bekommt. Das klang jetzt nicht so uninteressiert. Ich glaube, das ist der andere Eingang. Also wir müssen mal gucken, dass wir Bananen-Ding kriegen. Hier saß es jetzt nicht so aus, als... Ich habe keine Klebebänder mehr gesehen. Ich dachte erst, wir müssen selber irgendwie Klebeband herstellen. Ich habe sofort dran gedacht, aber das ist bei Seven Days to Die ja der Fall. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Oh mein Gott. Oh, wie gut. Jetzt sind wir drinnen. Wie schön ist das denn bitte? Kriot, scheiß mal auf unser Floß. Wir ziehen hier ein. Das ist ja richtig nice. Hallo, mein Name ist Nogi. Ich bin der Bürgermeister. Das ist ein Roboter. Hallo. Hallo, ich bin der Bürgermeister. Aua. Können Sie aufhören, unsere neuen Mitbürger zu schocken? Hallo, hallo. Hören Sie auf. Pass auf, hinter dir ist noch einer. Au, das ist gut auch ordentlich. Weh. Ja, der ist richtig fies. Ich bin der Bürgermeister. Die Roboter übernehmen die Geschichte hier. Da steht auch noch Help drauf. Ja, da muss man irgendwas drücken. Soll ich mal Wasser draufkippen? Was für ein Arschloch. Hilfe. Er jagt mich. Jogi. Ich würde den Metallroboter mit Steinen beschießen. Äh, mit Steinfeilen beschießen. Er mag das scheinbar nicht. Alter, ich kriege den nicht, wenn er sich so bewegt. Bleib doch mal stehen jetzt. Du Sackgesicht. Hoffentlich kriegst du mich hier oben nicht. Ha, ha. Hallo, aber er winkt so nett. Warte, 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 warte. Ah, nee, ist ein Steinfeil aufnehmen. Ja, ich habe auch schon geguckt. Jetzt haben wir ihn. Jawohl. Beginner Disruptor. Ich habe die Schlüsselkarte von Tangada. Tangaroa. Ist doch dasselbe. Tangada, Tangaroa, Timbuken. Ich pull den mal. Ey, yo, Stinker. Du, 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 du. Ich treffe ihn nicht. Ich würde gerne auf den rumfahren. Ja, ist ja schon lustig. Vielleicht macht er sich dann selbst kaputt. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Schlüsselkarte. Sehr gut. Also, wir wissen jetzt, wie wir die schlagen können. Die Roboter sind halt immer noch dumm. Guck mal, hier kann man eine nutzen. Ist aber hier mal echt cool, dass wir hier mal, äh... Vor allem kann man hier rein. ...an der Oberwelt sind. Uh. Ah. Oh. Aufzug. Lass uns fahren. Aufzug. Wir können nur auf Etage 8. Die anderen Etagen sind kaputt. Ja, ist ja nicht schlimm. Gleich steht so eine Armee von Robotern vor uns. Ding dong. Hier kann man rechts rein. Bei dir auch? Also, hier kann man rein. Uh. Gut, dass du schon vorbereitet warst mit deinem Fall. Ich war prepared. Also, hier kann man auch rein. Ja. Uh, ein Kochbrett. Ich hab einen Token. Ich kann eine Tür aufmachen. Da ist was zu trinken drin. Und ich kann es nicht rausnehmen. Voll der Betrug. Hier drüben ist Loot. Oh, ich... Ich würd's ja gerne riskieren, aber ich hab Angst, den Sprung zu vermasseln. Jogi. Weißt du... Oh, oh, warte, 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 warte. Ich hab hier auch einen Token. Können wir ins Casino gehen, damit bestimmt? Wahrscheinlich. Wo willst du springen? Ich komm mal zu dir rüber. Wo willst du springen? Da, über dem Balkon. Rechts ist nämlich ne... ne Kiste. Ich hab ein Klebeband. Wir kommen vorwärts. Nee, der gut ausgestattete Haushalt hat natürlich ein Klebeband vorhanden. Das heißt, wir müssen sogar hier lang. Du warst im Badezimmer, oder? Ja, nee, war ich noch nicht. Dann geh ich mal ran. Hier ist aber auch sonst nichts. Also, ich bin mal dezent in eine Etage Höhe geklettert. Ja. Warst du... Du warst links im anderen Raum schon. Komplett. Ich bin der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist dann... Ich bin auf dem Dach. Ich hab noch einen Token. Wo soll das denn noch hinführen? Ich kann, glaub ich, hier in einen Schacht rein. Rian. Rian. Das ist ein Bühnerauge. Ich hab... Ich hab das gelootet. Die Truhe. Die Truhe? Ja. Hat sich's gelohnt? Ja, normaler Stuff. Aber hier war noch ein Token und dahinter ist ein anderer offener Raum. Da ist natürlich erstmal ein Klebeband. Sogar ein schwarzes. Ne, dann ist es auch schwarz eben. Ähm... Wir haben zunehmend keine Machete dabei. Hm, nö. Ich glaub, wir haben nicht mal mehr eine. Wir bräuchten hier eine. Hier ist Klebeband vor der Tür. Wir kommen nicht rein. Ah, ja gut. Klebeband ist natürlich auch der Entgegner. Das ist ein bisschen ärgerlich. Scheiß halt echt mal auf unser Floß. Das Ding hier hat einen einzigen Eingang. Hier sind super bequeme Betten. Die sehen zumindest sehr bequeme aus. Wie kamst du denn da hoch? Ähm... Ich bin... Auf der anderen Seite. Also nicht hier. Auf der anderen Seite gibt's auch einen Balkon. Da bin ich raus. Über den bin ich hoch aufs Dach. Und von dem Dach bin ich dann hier runtergesprungen. Okay. Also hier in dem anderen Raum, den du meintest, da ist ein abgeklebter... abgeklebter Raum. I see. Ich nehme an, du hast oben auch gelootet, oder? Falls du auf dem Dach wirst. Ja, da war nix. Meine Hand ist ganz rot. Das macht mir Angst. Aber ich glaube, das ist nur die Sonneneinstrahlung der Shader dafür. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sollten nochmal zurück aufs Floß gehen. Machete holen. Wie sieht dein Essensvorrat aus? Ich hab noch eine Mango und dann sterb ich. Oh, hier sind Antennen. Ich hab hier auch nichts mehr. Außer das, äh, rohe Fleisch. Hui! Ich würd sonst sagen, wir ziehen uns einmal zurück, organisieren uns alles und, äh, greifen dann an. Das Problem ist, ich hab grad eine Seilrutsche benutzt und ich muss jetzt hier weiterspringen. Ich bin auf nem Balkon und, äh, doof. Ich muss jetzt einen riskanten Sprung machen auf einen anderen Balkon, weil hier komm ich nicht weiter. Den musste ich auch machen. Ach, ich hab zur Not auch noch eine... Ich hab's verkackt. Ich bin auf den unten drunter. Ja, es könnte okay sein. Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich muss jetzt einfach vom Balkon zu Balkon springen. Ja, das musste ich stellenweise auch. Also, das ist, das ist noch normal, glaub ich. Nee, um runterzukommen. Ich komm nicht hoch. Ach so. Und hier sind alle Türen versperrt. Du musst das jetzt vom Balkon zu Balkon dich fallen lassen, um runterzukommen, um dann wieder hochzugehen. Ja, das ist ein bisschen super optimal. Dafür bist du nicht tot. Nee, das ist richtig. Man ist nicht tot. Also, ich bin währenddessen an der Außenwand vorbeigehüpft, hab noch ein Klebeband gefunden. Das sind jetzt alle drei, die wir brauchen. Sollen wir mal zurück Richtung Floß gehen, nochmal alles neu eindecken und dann wieder herkommen? Tendenziell, ja. Wir haben hier noch einen Roboter auf der Straße. Ich muss gerade um eine Ratte bekämpfen. Das Problem ist, ich hab aktuell null Ahnung, wo ich bin. Ja gut, du musst ja im Prinzip nur außen entlanglaufen ansonsten. Ja, das sowieso. Nur, weißt du, hier kommt ein Zimmer nach dem anderen, was ich looten kann. Da hör ich nicht auf. Das ist halt so das Problem. Aber ich glaub, das war tatsächlich das letzte Zimmer gerade, was ich looten konnte auf meiner Tour hier. Oh, hier ist noch was in der Küche. Ein gegarter Wels. Ich glaub, wir kommen halt immer kurz nachdem diese Katastrophen alle stattgefunden haben. Ja, hier ist auch nochmal Klebeband. Das ist gut möglich. Ich nehme an, dass wir ganz am Ende zu einer Katastrophe kommen oder so. Vielleicht sind auch wir die Katastrophe. Weißt du, die sind alle geflüchtet vor einem Floß. Vielleicht waren wir das Floß. Gut möglich. Aber auf uns wurde nicht geschossen. Ich geh jetzt mal zurück Richtung Floß, weil mein Essensvorrat wird immer knapper und ich will nämlich gerne... Wenn du kurz machst, kann ich dir ein Wels geben und Steak und... Ja, dann könnten wir weiter looten. Aber du kommst ja nicht bei. Du gehst ja durch Häuser. Ich bin jetzt unten in irgendeiner Lobby. Oh, ein Roboter. Oh, die hatten auch kleine Autos. Ich bin in Ecke Exterior Lane und Drunk Hill Street. Ich bin da, wo wir halt hergekommen sind. Was sind hier? Da ist ein Roboter. Ich bin Exterior und Memory. Also geh ich die Exterior entlang und müsste zu dir kommen. Hi, Kreon. Hallo. Da hinten ist noch ein Roboter. Hier, erstmal Steak, mein Freund. Dankeschön. Kriegst noch ein Wels dazu und eine halbe Ananas. Nice. Hast du noch? Das ist eine Wassermelone, aber egal. Meine ich doch. Hast du noch was zu essen? Ich hab noch eine gegarte Rübe und eine Kokosnuss. Also wir können gerne zurück kurz mal. Also ich mein, das macht schon gut. Ich würde sagen, wir organisieren mal. Außerdem ist mein Licht ausgegangen. Und eine Mariete brauchen wir so oder so. Richtig. Oh, können wir einfach hier raus springen? Ist auf jeden Fall eine Notiz. Anscheinend geht das. Du machst was auf. Flutest du jetzt den ganzen Laden? Das ist sehr cool. Das ist einfach eine Rutsche. Wie gut, aber dann legen wir hier an. Ja, würde ich auch sagen. Dann lass uns umparken. Wir legen jetzt hier an und dann läuft das Ganze hier. Das sieht doch gut aus. Das müssen wir nochmal finden, wo wir reingekommen sind. Ja, im Notfall einfach den Weg zurückgehen. Ob wir es allerdings nochmal zum, wo gehst du denn? Ob wir den Weg zum Floß finden, seht ihr das beim nächsten Mal. Bis dahin, dann danke ich mich fürs Einschalten. Das sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.